Geht das los? Geht das los? Geht das los? Aber jetzt? Bitte schön, bitte schön Ja, ja, ja Heute, jetzt wird's wieder eine Falle hier, ja So, wir haben noch ein paar Fernseher der Rheinl-Sester, der Rheinl-Sester beim ersten Rheinl-Sester heute in Urmeral der Fahrer mit der Stand-Nummer 50 und der ganz ganz schön rbb a 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 ARD Text im Auftrag von Funk